Yo, hey Leute, willkommen zurück zum fünften Part von Donkey Kong Country. Ja, ich mach jetzt einfach mal weiter, ich hab ja gerade erst den vierten gemacht, aber ja, spielen wir weiter, ich hab grad Lust dazu. Ähm, jo. Also das ist wieder so ein Level. Oh nein. Aber ich glaube, es ist noch nicht der, der ich gerade denke. Oder doch? Der Pfeffer kommt irgendwann aus dem Level, da muss man hier immer so auf so einer Platte stehen und muss dann immer so ein Benzinfässer einsammeln, sonst stürzt das Ding ab und so und das ist übel scheiße. Aber ich glaube, das ist der Level hier noch gar nicht. Zumindest seh ich bis jetzt nichts von Benzin oder sowas. Naja, wir kriegen das schon hin. So. Okay, warum bin ich da gesprungen? Bin ich bescheuert? Okay, ich bin wirklich bescheuert. Ah, okay, dann machen wir es so. Ausweichen. Boah, ist eigentlich noch alles ganz leicht hier. Okay, fast wär ich gerade zu spät gesprungen. Checkpoint. Ja, also das ist jetzt wohl nur so ein Level, wo man halt nur so ein bisschen rumspringen und ausweicht und am Leben bleibt. Also noch nicht der, den ich nicht machen will. Der geht noch. Biene, eine Biene. So, jetzt kommen die Gegner schon von vorne. Und der springt irgendwie daneben. Ah, hier bei dem muss man immer... Ja, genau, das meinte ich. Aufpassen. Weil ich halt mit Diddy Kong spiele und nicht mit Donkey Kong. Boah, lässt er mich jetzt gar nicht darüber? Kann man überhaupt über den rüberspringen? Boah, geht doch. Ich dachte schon, ich muss den Level neu machen. Oh nein. Oh, ich... Hä? Ist er zu spät, wo es gelaufen? Wow, wir haben K und das N. Das ist so toll. Und das G-Hummel ist auch. Kinn-Gü. So, die kinnen wir noch schnell. Bananen. Und da passen wir kurz auf, dass man sich trifft. Ganz so easy. Da kommt der W-S nicht runter. Oh, eine Biene. Springen. Ah, jetzt kommen wir noch so ein Typ, ey. Okay, das war doof gesprungen. Also einfach links bleiben. Da fällt der schon von ganz alleine. So, und? Ist jetzt hier Level-Ende? Irgendwo, ja. Gut. Dann gehen wir in die Elevator Antics oder so. Aber ich dachte gar nicht, ich sterbe, aber wir waren ja Bananen. Hm. Da ist das K. Okay. Ist das jetzt an dem Level so spannend? Bis jetzt noch gar nichts. Außer das hier Seilen. Oh, da kommen Gegner raus. Wahrscheinlich die Fässer mit den Gegnern. Hm. Was soll's? Oh. Da bin ich zu schnell reingegangen. Okay, also so. 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 Gehen wir mal runter. Da hab ich's mir doch gedacht. Oh, ich hab nicht gewusst, dass oben auch eine ist. Oh nein. Da hätte ich mir beinahe denken können, dass hier wieder eine Schlange kommt. So. Da wieder aufpassen. Ah. Die Scheiße. Naja, noch geht's. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. So, hier rauf. Dann hier. Oh, okay. Warum nimmt das noch auf? Wartet mal kurz. Okay, da bin ich wieder. Alles wieder geregelt. Alles gut. Äh. Okay, das war nicht gut. Hm. So und so. Wo, ich gleich meine Frisur mache? Wirst du nicht ewig lange? Oh. Ja, das war gerade mein Vater. Er kann schon wieder wegen irgendwas rum. Nicht so wichtig. So, dann springen wir hier rüber. Warten, bis das Ding runterkommt. Los. So, dann geht's hier rüber. Und dann haben wir auch einen Reifen. Yay. Der hat eigentlich gar nichts bringt. Excel. Perfekt. So, dann gehen wir unten erstmal speichern. So. Und weiter geht's. Joa. Hier ist irgendwie ein Giftwasserlevel. Oh nein. Ich weiß gar nicht. Tut mir das irgendwas das Wasser? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht nur so neblig aus. Und sonst ist es halt ein normaler Wasser, der blieb mit Zaunrädern und Zacken und sowas an sich dran rumschwimmt. Äh. Ja, wo muss ich hier lang? Ich hab keine Ahnung gerade. Hoch, hoch. So. Oooh. Okay. Das war unfair. Oh. Musst du da oben auch in den Krake kommen? Oh. So ist schon besser. oh das war knapp das war natürlich total fail genau wie das oh nein und und so und jetzt hier bleiben die Dinge hier die werden immer schneller wenn du da mal falsch schwimmst ey da kommst du gleich ran und bist um den Arsch das nehme ich natürlich mit so was haben wir hier unten Bonuslevel vielleicht nein ein Fisch das ist cool still pie mal gucken wie schnell wir ihn wieder verlieren wow hey Donkey Kong was machst du hier im Wasser niemand weiß es und keiner wird es hier erfahren ausgangslegen ist gut okay damit hätte ich rechnen können oh den hab ich gar nicht gesehen hey Didi was machst du hier im Wasser ach ja die Frage könnte man immer wieder stellen was die in irgendwelchen Fässern hier machen und hier einfach gar nichts machen und warten bis man gerettet okay das war auch wieder doof kommt ja schon das Excel ich hab keine Lust auf diesen Level der ist doof toll also bleib ich doch oben oder auch nicht und der ist jetzt jetzt oh ich war da schon durch Excel endlich weg von diesem Kacklevel so was kommt denn jetzt Minecart Madness oh nein das gefällt mir immer gar nicht ich glaube es ist der Level den ich nicht mag oder da kommt der doch später ne es ist so ein Level nochmal sehen oh da springen wir auch noch raus das bedeutet wir müssen irgendwann öfter abspringen und uns in einen neuen Wagen setzen na schöne Scheiße oh da oben war ein Bonuslevel was war das denn jetzt bin ich gerade in ups jetzt bin ich zweimal in den Rhein gegangen so und so zu früh so aber ich mag die Musik das ist doch das Wichtigste Yay Checkpoint oh nein nicht gut da rüber da rüber da rüber und ein Reifen den wir nicht kriegen und Bienen und noch ein Reifen schon wieder blieben Gott ich denke dauernd ich sterbe aber dann schaffe ich es immer doch gerade so so und so und den schalten wir mal aus damit wir uns den Wagen klauen Yay was ergibt das für einen Sinn gar keinen warum stehen die da rum und gucken nach links ich verstehe es nicht aber egal wow wow so und exit yeah auf geht's zum noch nicht ganz Boss glaube ich na noch nicht das ist wieder so ein Level der immer dunkel und hell wird und man den Weg nicht sieht na toll finde ich ja nicht gut wow und man sieht die Gegner auch nicht das ist das Problem hier wenn man nur den Weg nicht sehen würde würde es ja noch vielleicht so ein bisschen gehen manchmal aber wenn er gerade entgegen auf dich zukommt und du siehst es nicht ist das blöd aber eigentlich geht es auch so Checkpoint oh wieder so ein großer Gegner siehst du wenn man den nicht sieht dann ist das schon ein bisschen bescheuert wo ist er denn jetzt keine Ahnung oh schlecht 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 so los Didi mach du wieder tu deine Arbeit wow so und und so oh ich habe grobe die gehört aber ich habe keins gesehen da sind sie hier fahre ich einfach mal runter weil da ein Bonuslevel ist okay das war schon oh das ist jetzt auch blöd naja wie ist denn die Fässer endlich so mega schnell und treffen mich trotzdem äh oh das habe ich mir gedacht hey ich habe mal wieder kommen zusammen was für ein Wunder ist hier was wo Exit so und da haben wir auch schon den Boss Boss Dumb Drum das ist was ist das oh achso das ist einfach nur ein Fass was die ganze Zeit mich angreift und danach Gegner holt und ich muss nur ausweichen und immer die Gegner klären das war es dann auch ganz easy wo ich dachte dann macht die auch noch links was kommt jetzt und und auch die hello dins Yeah, das war's schon. Nintendo Banane, Nintendo Banane, Nintendo Banane. Oh yeah. So, und das ist jetzt soweit, ich war jetzt auch schon die letzte Welt. Machen wir noch schnell den ersten Level und dann beenden wir erstmal diesen Part. Falls der Level jetzt gut ist, wenn es no... Oh nein, das ist genau der Level, den ich meinte. Aber wenn ich immer diese Fässer nicht einsammle, dann ist es schlecht. Dann stürzen wir nämlich ab. Ja, und so einen Larry mag ich überhaupt nicht, ey. Oh 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 oh, her damit. Und rüber. Oh, fast wären wir gerade abgestürzt. Äh. Äh. Okay, gut, dass ich da nicht ran muss, ich dachte schon. Checkpoint und schnell weiter. Keine Zeit. Ah, bis jetzt funktioniert eigentlich alles ganz gut soweit. Also ich hab's mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Aber ich glaube, es wird noch ein bisschen schlimmer. Also zumindest, zumindest als jetzt. Oh, nein, nein. Okay, das war ganz schlecht. Aber ich hab Glück gehabt, dass ich da trotzdem mal reingesprungen bin. Und hoch. So, dann geht's hier rüber. Da rein. Und los. Und los. Spring. 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 Natürlich funktioniert das. Oh. Oh, what? Okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon, alle Hoffnung ist verloren. Ja, jetzt wird's ein bisschen knapp immer. Komm schon, gib mir das, gib mir das. Ich brauch das. Bananen, yay. Und, das müsste Levelende sein, oder? Yay. Ja, das war dann von der Welt auch der erste Level. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Was vermutlicherweise schon der letzte sein könnte. Ja. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Part. Euer Ben der Meister, LP.